Eines unserer Probleme ist, dass wir Menschen uns verdammt schwer tun dabei, dass wir empfangen können. Sehr viele haben Empfangsblockaden, aber das Leben ist ein Zyklus, ein Zyklus des Gebens und des Empfangens. Und wenn du dir schwer tust beim Geben und beim Empfangen, dann wirst du nicht mehr Wohlstand oder was auch immer, ob das Liebe ist oder Respekt ist oder Geld ist, in dein Leben ziehen können. Und deswegen habe ich eine Frequenz produziert, eine geführte Meditation mit einer, ich nenne es eine Quantenmeditation, wo ich eine ganz neue Logie verwende, eine ganz neue gehirngerechte Meditation, wo man im EEG sieht, dass die Meditation eine Neuronverbindung verändert. Und zwar nenne ich sie Get Magnetic, Learn to Receive More. Also werde magnetisch und lerne mehr zu empfangen. Und diese Meditation funktioniert ganz einfach und ist relativ kurz. Und zwar, ich führe dich in der ersten Phase in eine tiefe Entspannung hinein. Und dann geht es darum, dass du dir vorstellst, dass du in einem Kreis bist voller Menschen. Menschen, die du magst. Und jeder hat dir etwas zu geben. Deine einen schönen Blick, der andere Liebe, der andere Dankbarkeit und so weiter. Und du siehst das und du alle atmen, sehen sich an oder sehen dich an. Und du atmest das ein, was sie dir ausstrahlen. Und du trainierst sozusagen zu empfangen. Durch dein Einatmen empfängst du und durch dein Ausatmen gibst du. Und dadurch trainierst du das Ganze. Und dann kommen wir in Phase 2, wo ihre Eltern von diesen Menschen da sind. Und auch sie haben dir was zu geben und auch ihre Eltern und so weiter. Und dann kommen Menschen hinzu, die du inspirierend findest. Vorbilder, reiche Menschen, irgendwelche Koryphäen, wer auch immer, kannst du hinzufügen, was du von denjenigen empfangen möchtest. Und diese atmest, die stellen sich sozusagen auch mit dazu. Und du atmest sozusagen dann von ihnen das ein. Und dann gesternst du dein Bewusstsein dann, wenn du viel eingeatmet hast und empfangen hast, expandierst. Dass du gewöhnst immer größer. Und du empfängst nicht nur von diesen Kreisen, sondern von der ganzen Erde. Alle Menschen, die da sind, empfängst du alles, was sie zu geben haben. Und dann dehnst du dich aus zum ganzen Universum und empfängst immer mehr und immer mehr. Bis du am maximalsten Punkt deiner Empfängnisfähigkeit bist. Und mit diesem Zustand führst du dich dann wieder zurück in die Gegenwart. Und wenn du diese Meditation öfter und regelmäßiger machst, dann wirst du merken, wie in dein Leben mehr Liebe reinkommt, mehr Freude, mehr Dankbarkeit, mehr Fülle. Wie du einfach mehr empfangen kannst. Und das ist eine wundervolle Methode, wie du einfach lernen kannst, viel mehr zu empfangen. Du kannst diese Meditation kostenlos testen in unserer Brainwave3D-App auf brainwave3d.com slash premium. Und dort kannst du sie sozusagen herunterladen. Und in der Kategorie Selbstprogrammierung findest du dann diese und kannst es auf jeden Fall testen. Ich wünsche dir viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.